Das Gewicht von 180 Kilogramm bleibt jetzt für den ersten Versuch von Walter Kurda. Ständerhöhe 9, 7. Bereithalten Alexander Togewitz und Tim Ricke. Ständerhöhe 9, 8. Arthur ist bereit. Arthur ist beladen für Walter Kurda. Stopp! Reiß! Arschel! Arschel! Der Versuch ist gut. Das Gewicht von 1,99 Kilogramm bleibt jetzt für den zweiten Versuch von Walter Kurda. Ständerhöhe 9, 7. Bereithalten Alexander Togewitz und Tim Ricke. Arschel ist bereit. Und die haben wir jetzt beladen für Walter Kurda. Start! Sie sind bereit. Leider hat Kuffmann noch nicht abgeholt, ein bisschen zu früh gedrückt. Dann steigen rechts das Gewicht auf 192,5 Kilogramm im dritten Versuch von Walter Korda. Ständerhöhe 9,7 Kilogramm im dritten Versuch von Alexander Kürnitz. Und die haben das Verladen für Walter Korda. Der Versuch ist gut. Dann steigen wir jetzt das Gewicht auf 200 Kilogramm im dritten Versuch. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Dann steigen wir jetzt das Gewicht auf 200 Kilogramm im dritten Versuch. Untertitelung des ZDF, 2020